Hallo, hier ist Ralf Füchs, Vorstand der Heinrich Böll Stiftung. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu unserer großen Konferenz Baustelle Energiewende im 28. Juni in Berlin. Baustelle, weil es sich tatsächlich um den grundlegenden Umbau unserer Energiewirtschaft handelt. Ausstieg aus Kohle und Atomen, Einstieg in Sonne, Wind, Geothermie und Bioenergien, ein dezentrales und gleichzeitig europaweit vernetztes System mit einer Verknüpfung von Strom, Wärme und Verkehrssektor. Darüber diskutieren wir mit Politikerinnen und Fachleuten aus der Bundesrepublik und Europa. Kontrovers und offen eine Zwischenbilanz der Energierevolution, die in der Bundesrepublik Modellfunktion hat für den ganzen Globus. Kommen Sie und diskutieren Sie mit.